Herzlich Willkommen! Nach so langer Zeit ist es mir gelungen, mich jetzt mal aufzuraffen, etwas Zeit abzuknöpfen sozusagen und euch einen besonderen Kettenanhänger zu zeigen, nämlich die Medusa. Viele kennen sie schon und haben sie auch schon bereits bei uns am Messestand probiert zu drahten oder auch schon zu Hause oder einen in meine vielen Workshops und ihr habt euch das gewünscht, schon sehr sehr lange. Ich weiß, aber ich war im Verzug, ich hatte einfach keine Zeit, wie das nun mal so ist. Aber jetzt nehme ich mir die Zeit und werde für euch ein paar Videos drehen und wir fangen an jetzt mit dieser Medusa, mit diesem tollen Kettenanhänger. Den kann man natürlich in ganz ganz vielen verschiedenen Farben auch machen und später zeige ich euch dann auch wie ein Ring und ein Armband, wie das hergestellt wird. Das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Das heißt, ihr könnt quasi eine ganze Kollektion herstellen für euch. Den habe ich jetzt mal hergestellt in einem Kupfer, Rosé, Champagner und Cognac-Ton. Auch dieser Medusa-Kettenanhänger ist sehr sehr schön geworden. Und ihr seht schon, dass ich da glitzergeprägt drin verwendet habe. Und ich habe diesen Kettenanhänger immer mit zwei Millimeter-Dräten gefertigt, letztendlich aber festgestellt, dass es viel einfacher und schöner ist, auch ein 1,5 Millimeter Draht zu verwenden. Das zeige ich euch dann noch mal, wie das alles in der Infobox schreibe ich euch das auf, was ihr für Materialien benötigt. Für den Kettenanhänger braucht ihr ca. 40 Zentimeter. Ich entschließe mich heute dazu, oder ich habe mich entschieden, einmal den Ton Platin zu nehmen, den silbernen und das hellrosa in Glitzer geprägt. Und die drei Farbkombinationen, die werde ich jetzt in Form eines Kettenanhängers für euch herstellen. Ihr braucht nichts mitzuschreiben, denn ich werde alles wieder im Video unten einblenden. Also ca. 40 Zentimeter schneidet ihr die Dräte ab und ihr braucht da natürlich gewisses Werkzeug dafür. Ich habe jetzt diesen Seitenschneider verwendet. Gegebenenfalls braucht ihr dann auch noch mal eine Backenzange, verschiedene Rundzangen, wo ihr auch am besten mit herkommt. Die mit dem grünen Griff ist natürlich ein bisschen sehr edel. Wir haben sie auch in rot jetzt mit ergonomischem Griff. Auch die ist total klasse. Aber wer einsteigt, da genügt eben auch die einfache Rundzange. Und wie ihr seht, haben wir sowieso alles, was ich euch zeige, bei uns im Shop präsent. Das heißt, dort könnt ihr gerne mal stöbern und schauen. Und das blende ich wieder unten in der Infobox ein. Und los geht's! Also ich habe in der Zwischenzeit die Drähte auf 40 Zentimeter abgeschnitten und da werden wir jetzt die Drähte mal richtig schön glätten. Wenn ihr die einfach so in die Hand nehmt und mal so längs zwirbelt, dann wird er richtig schön glatt. Er wird etwas wärmer und dadurch bekommt er wieder seine alte Form. Den glitzergeprägten Draht, den nehme ich jetzt einfach mal so ein bisschen in die Mitte und ich mache das jetzt mal ein bisschen näher ran für euch, damit ihr das auch gut sehen könnt. Die Drähte auf gleiche Länge und dann biegt ihr euch den Draht zu einer Schlaufe und die linke Seite geht über die rechte Seite rüber. Ihr könnt alle drei Drähte mit einmal nehmen, dann ruckelt ihr so ein bisschen hin und her. Ihr habt auch noch die Backenzange, wo ihr wunderbar damit festhalten könnt, ohne dass ihr die Drähte beschädigt. Und wenn ihr jetzt so eine Schlaufe gemacht habt, dann macht ihr genau dort, wo die Drähte sich überkreuzen, einen kleinen Knick so nach unten. Dann haltet ihr, wer Rechtshänder ist natürlich mit rechts, den Daumen einfach drauf und zieht euch die Drähte herüber, also wieder die linke Seite über die rechte Seite. Und jetzt habt ihr schon mal so diesen Anfang, wenn wir das jetzt weiter machen würden, so wird dann praktisch auch das Armband gemacht. Ich benutze immer alle drei Drähte und biege eine Schlaufe. Ihr könnt aber auch es euch einfacher machen, ihr nehmt einfach nur einen Draht und haltet ihn hinten weg. Und dann nehmt ihr euch den zweiten Draht und auch wieder nach hinten weg. Wie gesagt, wer das gut kann, der kann auch alle drei Drähte gleichzeitig nähen. Und wieder den dritten Draht und auch wieder nach hinten weg und unten gerade führen. Und schon habt ihr eine Schlaufe. Das Ganze machen wir jetzt auch mit der linken Seite. Allerdings ist es ein bisschen knifflig, weil ihr solltet schon versuchen, so ziemlich wie möglich genau diesen inneren Kreis zu formen. Es gelingt mir auch nicht immer und es ist auch nicht schlimm und es ist alles Handarbeit. Also, dann versucht ihr einmal mit einem Draht den euch wieder so herumzubiegen und nach hinten weg. So. Also seitlich stehen lassen. Jetzt sehe ich schon, dass es etwas größer ist. Dann ziehe ich mir den so ein bisschen, bis ich der Meinung bin, dass das könnte hinhauen. Und dann auch wieder den nächsten Draht und den nächsten Draht. Ich mache das jetzt mal mit allen restlichen zwei Drähten, ziehe mir das also so hinten weg und habe jetzt alle drei Drähte auf meiner Vorderseite. Jetzt nehme ich wieder die Drähte, die jetzt auf der rechten Seite sind und jetzt möchte ich gerne so eine Schlaufe machen. Das seht ihr auch bei dem Kettenanhänger, wie der jetzt, diese Schlaufe wollen wir jetzt machen. Und auch wieder, am besten ist immer alle drei Drähte zu nehmen, auf einmal festzuhalten. Ihr könnt es aber genauso machen, wie hier oben, das heißt mit einzelnen Drähten, das ist auch in Ordnung. Ich zeige es euch jetzt mal mit allen drei Drähten, dann habt ihr sie auch gleichmäßig. Ihr drückt am besten Daumen und Zeigefinger so ein bisschen hier in die Mitte drauf und zieht euch mit der rechten Hand eine Schlaufe und dabei dreht ihr ganz leicht den Kettenanhänger. Ihr seht das? Ich mache das jetzt ganz langsam so und dreht euch die Schlaufe. Im Prinzip haltet ihr nur die drei Drähte fest und dreht einfach den Kettenanhänger. Und fertig ist er. Jetzt wird auch gleiche Länge geschnitten. Manchmal kann man sich natürlich auch ein bisschen verschätzen, dann ist der eine Draht ein bisschen kürzer, die anderen ein bisschen länger. Das macht alles nichts. Wir schneiden jetzt genau, wo der kürzeste Draht ist. Also wenn er euch zu kurz geraten ist, weil ihr die Schlaufe vielleicht zu groß gelassen habt, dann müsst ihr schon selber so ein bisschen einschätzen können, wo ihr am besten schneidet, damit ihr auch noch diese Kringeln machen könnt. So, das haben wir jetzt. Und jetzt werden die Drähte alle einzeln so ein bisschen auseinander gespreizt. So. Und jetzt geht's los. Wir werden jetzt mit der Rundzange dann einmal die Drähte eindrehen wieder. Das heißt, ich mache immer solche kleinen Schlaufen. Und jetzt müssen die anderen Schlaufen ja auf die andere Seite. Jetzt verbiegen sich viele. Das müsst ihr gar nicht. Ihr dreht einfach den Kettenanhänger um. Und dann auch wieder eine Schlaufe, eine Schlaufe und eine Schlaufe. Hier seht ihr das wieder am besten bei diesem, dass der so ein bisschen gerade runter geht. Deswegen schneide ich die auch immer, damit man es wirklich auch schön rund bekommt. Also das erste Stück wird immer abgeschnitten, umdrehen, sodass ihr immer in eine Richtung arbeitet. Das ist einfach. Viel einfacher ist das. So. Und jetzt könnt ihr auf... Also ich lasse den Draht immer auf den Finger. Und dann nehme ich das... Nehme ich meine Rundzange und dann drehe ich mir den so ein. Nur ein Stück. Hier auch wieder. Drehe mir den so ein. Nur ein Stück. Wenn ihr größere Kringeln haben wollt, dann lasst ihr natürlich etwas mehr Draht dran, damit ihr auch größer kringeln könnt. Jetzt drehe ich den Kettenanhänger wieder um. Und fertige jetzt die letzten Kringeln. Alles andere macht ihr mit der Hand. Also so viel wie möglich mit der Hand arbeiten, so wenig wie möglich das Werkzeug zu benutzen, weil ganz einfach mit dem Werkzeug doch der Draht, zumindest mit der Rundzange, doch sehr leidet. Und dann wird das mit der Hand so ein bisschen eingedreht. Ihr könnt natürlich auch die Backenzange wunderbar dazu nehmen. Die hilft euch, wer nicht ganz so viel Kraft hat. So, dann drehe ich das wieder um und drehe mir diesen hier ein. Jetzt habe ich diesen Kettenanhänger schon fast fertig. Ich habe bei diesen, die untersten Kringelchen, habe ich gehämmert. Dann funkelt das so schön. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so sehen könnt. Bei dem Licht, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit dem Licht. Aber ich denke, das reicht für das, was wichtig ist zum Sehen. Dann nehme ich jetzt meinen kleinen Amboss und meinen Zeselierhammer. Wen das zu laut ist, der darf sich gerne eine Unterlage drunter bauen oder wir haben auch diese Ambosse mit einer Gummiunterlage. Also von daher sollte das nicht das Problem sein. So, und dann lege ich den mit der linken Seite drauf, weil ich möchte gerne den Hammerschlag haben. Also nicht den Hammerschlag, sondern eher dieses glatte, schöne, funkelnde. Wer Hammerschlag haben möchte, der nimmt wieder diese kleine. Also auf links. Und wenn ihr hämmert, passt bitte auf, dass ihr, wenn die Drähte übereinander liegen, dann dürft ihr das natürlich da nicht hämmern. So, hier oben mache ich das auch noch mal so ein bisschen schön, die Schlaufe. Dann drehe ich das Ganze um. Ich kann den jetzt noch mal ein bisschen mit der Backenzange leicht in Form biegen. Auch wenn die Drähte sich mal so ein bisschen übereinander lappen, geht das wunderbar. Und jetzt fehlt im Prinzip nur noch der Kettenaufhänger. Und den gestalten wir ja auch selber. Den machen wir ja auch selber mit einem Flachdraht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den Flachdraht 0, also 5 mm zu verwenden, in Platin. Der passt gut dazu. Also ich gucke immer, was habe ich für Farben drin. Und diese Farben entsprechend verwende ich dann auch. Also ich würde jetzt hier kein Grün nehmen oder kein geprägt Rosa, weil von dem Glitzer geprägt gibt es leider keinen Flachdraht, nur von einem geprägten. Aber irgendwie beißt sich das dann. Das passt nicht ganz so. Ihr könnt natürlich den 5 mm Draht nehmen, aber hier habe ich euch gezeigt, oder hier zeige ich euch, dass man auch einen 3,5 mm Flachdraht benutzen kann. Je nachdem, wie ihr auch eure Schlaufe gemacht habt. Da ich jetzt über drei Drähte gehen muss, nehme ich natürlich auch ein bisschen mehr vom Draht, ungefähr ein Zentimeter und biege den wieder so nach hinten weg. Das kennt ihr ja schon. Und jetzt nehme ich meinen Kettenanhänger, fädel das Ganze ein und auf der Rückseite nehme ich wieder die Rundzange, halte den so fest, ziemlich am Ende und drehe ihn einfach nur herein. Das war's schon. Ihr könnt auch nochmal nachfassen und nochmal ein bisschen ranziehen. Wichtig ist, dass alles locker ist, also dass nichts hängt und fest hängt. Und jetzt nehmt ihr den Ringdorn, das ist die Größe 6 bis 10 mm. Wir haben die ja alle einzeln von 1,5 bis 5 mm. Das ist der ganz kleine. Den habe ich hier zum Beispiel. Da habe ich jetzt den ganz kleinen. Und dann haben wir den noch, den größeren für 11 bis 15 mm. Da kann man auch wunderbar Kinderringe mitmachen. Und ich nehme jetzt den Ringdorn Nummer 2, also den für 6 mm bis 10 mm. Und lege den an dritter Stelle an. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Der ist ein bisschen abgestuft und das ist die dritte Stelle. Das wäre dann 6, 7, 8, also Nummer 8. Lege ihn mir so rüber, halte mit dem Daumen den so fest und biege mir den einfach nach hinten weg, den Draht. Dann kann ich das wunderbar rausziehen. Ihr seht schon, wie die Schlaufe jetzt so ein bisschen an der Seite aussieht. Und dann nehme ich natürlich meinen Seitenschneider und schneide das Ganze hier hinten ab. Dann kann ich den randrücken und wenn noch etwas zu spüren ist, dann kann ich den immer noch mal ein bisschen kürzen, so dass ich auch nicht feilen brauche und drücke mir den so ran. Und fertig ist der Medusa-Anhänger. Jetzt kann ich, ihr seht schon, wie das jetzt hier blinkert und ein bisschen funkelt vom Licht her. Ich kann natürlich jetzt auch dieses Magnetband dazu nehmen. Das ist dieses Vollkautschubband, welches wir auch im Shop haben und das ist hier anpassbar auf alle Größen. Und habe jetzt einen tollen Kettenanhänger. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr probiert jetzt fleißig. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude damit und gutes Gelingen. Und demnächst werde ich dann einmal diesen Ring zeigen, wie der funktioniert und auch dieses passende Armband dann dazu. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe, eure Katja.